Heute bei Review Lifestyle die wasserabweisende Damenwinterjacke aus der Marikou Mountain Kollektion. Nur hier bekommen Sie Japanese Culture zu einem wirklich günstigen Preis. Dieses Modell besticht durch wasserabweisendes Obermaterial, sehr guter Verarbeitung, den vielen Taschen und der optimalen Passform. Durch das Talierungszugband können Sie die Passform Ihrem individuellen Geschmack anpassen. Die Jacken aus dem Hause Marikou repräsentieren stets den aktuellen Modetrend und sind mit großer Liebe zum Detail gefertigt. Sichern Sie sich eine dieser Prämienjacken und lassen Sie sich von dem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis beeindrucken. Der Schnitt der Winterjacke ist hinten länger als vorn. Der hochschließende Kragen schützt vor Wind und Kälte. Der komplette Rückenbereich ist innen mit Fließstoff versehen. In der Front sind zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei seitliche Eingriffstaschen sowie zwei Taschenattrappen auf den Eingriffstaschen mit Druckknopfverschluss. Alle Taschen sind innen mit warmen Fließstoff versehen. Innen befinden sich zwei Taschen mit Reißverschluss. Perfekt für Handy oder MP3-Player. Eine kleine Innentasche verfügt über eine kleine Öffnung, speziell für Kopfhörer-Headset-Kabel. Das Stallierungsband dient der optimalen Anpassung der Figur. Die Kapuze ist innen mit Fließstoff versehen. Die Klettverschlüsse an den Ärmeln dienen der Passformregulierung. Die Damenwinterjacke ist mit einem durchgehenden wasserdichten Reißverschluss versehen. Sowie zusätzlich einer Knopfleiste. So sind sie perfekt geschützt vor Wind und Kälte. Dieses Produkt erhielt bei Amazon erstklassige Kundenrezensionen. Zum Beispiel Tolle Jacke für Wind und Wetter. Jacke ist optisch schön, passt gut und hält Wind und Wetter fern. Für bis zu 5 Grad warm genug und mit dicken Pulli drunter geht's kurzfristig bis ca. 5 Grad. Klasse! Jacke ist echt super. Größe genau, Farbe echt toll. Nur ist die Jacke beim ersten Tragen etwas steif, aber bei öfterem Tragen angenehm. Wir haben für Sie in der Videobeschreibung den Link zum Produkt zum besten Preis bei Amazon herausgesucht. Einfach draufklicken und Sie kommen sofort zum gewünschten Artikel. Haben Sie eine Frage zum Produkt, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Gefallen Ihnen die Reviews? Dann freuen wir uns über einen Kommentar von Ihnen und einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den Kanal Review Lifestyle. So verpassen Sie keine neue Produktpräsentation und sind mit den neuesten Produktreviews immer auf dem aktuellen Stand.